Ein Besuch bei guten Freunden. Und hier fühlt Reh Lilly sich nicht nur wohl, sondern auch geborgen. Den Namen bekam das Reh übrigens von Naemi, deren Vater den Biberhof betreibt. Und sie hat eine ganz persönliche Vermutung, warum Lilly hier nie wieder weg möchte. Ich meine halt, dass die Kühe sie großgezogen haben, weil sie als ganz kleines Reh hat, also nicht so klein, aber auch nicht so groß, hierher gekommen ist und halt ohne ein anderes Reh. Vermutlich wurde das Tier hier in der Nähe geboren und verlor früh seine Mutter. Und so wurden die Kühe des Biberhofs, die Ersatzfamilie und Lilly will einfach nicht weg. Man kann hier das Grundstück verlassen, kommen und gehe, wann sie will und hat sich irgendwann, glaube ich, dafür entschieden, dass sie eine Kuh ist oder so. Nehme ich mal an, weil sie ist eigentlich fast jeden Tag da. Zum Füttern kommt sie und steht bei der Freunde. Es herrscht ohnehin eine sehr entspannte Atmosphäre hier auf dem Biberhof, auf dem so viele Tiere friedlich zusammenleben. Die Attraktion aber ist natürlich Lilly. Und so mancher Spaziergänger schaut verblüfft auf die Weide. Manche stellen sich auf den Zaun und dann gucken die sie an und dann bewundern sie sie. Wir haben uns auf jeden Fall auch schon öfter gefragt, was das Reh hier macht auf der Weide bei den Kühen. Aber es scheint sich hier sehr wohl zu fühlen. Das ist ja, wenn man das so sieht, das ist ja irgendwie so fast schon wie eine Freundschaft, die Kühe und das Reh. Ja, das hat uns auch von Anfang an bewundert, die Hähne und alle Tiere, alle gemeinsam. Das ist schon sehr spannend. Und sie versteht sich mit allen auf vier Beinen. Die meiste Zeit aber verbringt sie mit ihren muhenden Kumpels. Und das fast immer. Bei schlechtem Wetter oder so steht man auch zusammen. Also stellen wir auch fest, das Einzige, was fehlt, ist, dass sie noch mit den Kühen in den Stall geht. Da warten wir alle noch drauf. Ein bisschen Privatsphäre muss dann doch sein. Aber eigentlich ist und bleibt man unzertrennlich.